Why wasn't I made out of wood? Eine Schauspielerin kann man nicht ersetzen. Du musst die Geschichte umschreiben, sonst bin ich geliefert. Was? Wir haben schon die Hälfte mit dir gedreht. Eigentlich handelt der Film davon von der Liebe von Daniel und Emily. Das ist eigentlich die Hauptgeschichte und davon haben wir nichts gedreht. Ja, wir wollen ihn fertig drehen. Sie spielt jetzt die Rolle von meiner Schwester. Das spielt halt diese Praktikantin. Ist ja wurscht. Schauspieler kann jeder werden. Na, kann es sein, dass du die Geschichte überhaupt nicht verstanden hast? Ja, tut mir leid, ich kann halt auch nicht spielen, wenn ich keinen richtigen Anspielpartner habe. Also keinen professionellen. Wollen sie es nicht einfach so schreiben, wie es ist? Nee. Ich glaube, er ist ein bisschen überfordert. Und dann kommen diese Schauspieler, die irgendwie da was reininterpretieren aus ihren Neurosen heraus. Das macht einfach jeder, was er will, ja? Das hätte ich schon lange machen sollen. Ich habe selber auch Ideen. Ich habe noch viel mehr Ideen. Ich kann bei so Konflikten ganz, ganz schwer spielen. Die nehmen sich alle so wichtig. Was ist jetzt? Entschuldigung, aber sie ist wirklich schwanger. Natürlich ist sie schwanger, aber es denkt man sie. Das ist doch Quatsch. Die Erfindung der Liebe. Damit kann man doch gar nichts anfangen. Ich meine, was soll denn das heißen? Einer meiner besten Titel. Einer meiner besten Titel. Einer meiner besten Titel. Einer meiner besten Titel. Einer meiner besten Titel.